Wenn Sie das in dem Kopf antun, was wird aus dir? Die Imperial Knights kommen heute und Mr. Wongs Boot kam heute Morgen, aber die Golden Cain versuchen hier alles zu übernehmen. Für ein furioser Start hier in diese Mission. Ich treffe nichts, weil ich noch die Zigarette hier in der falschen Hand habe und ich keine Zeit habe, sie zu wechseln. Nein, ich muss jetzt hier so spielen und meine Lebensenergie ist ziemlich... Ja, was habe ich denn jetzt gedrückt? Oh, ich wollte mich eigentlich bloß heilen und was kommt hier? Lass mich in Ruhe mit deinem Sturmgewehr-Kontrollpunkt. Oh! Jerry hier. Ich hörte, du willst zum Tai-O. Halte die Augen nach Golden Cain Drogenlabors offen und schalte sie alle aus. So. Suche und zerstöre alle neuen Drogentische. Drogentische können in Häusern mit schwarzem Rauch gefunden werden. Yo. Ich denke, das ist nebensächlich. Ich weiß es. Ne, das ist hauptsächlich. Also Haupt... Hauptziel. Da ist schon wieder einer. Lass mich stehen. Lass mich in Ruhe. So. Ne, wir suchen eigentlich die Cop-Killer und machen halt nebenbei netterweise noch ein paar Drogentischchen kalt, platt. Oh, ich hab Sturmgewehr oder MP oder was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich hier... Hier ist auch was Schönes. Ey, lass mich doch mal hier angucken. Was ist denn das hier? Habe ich das schon? Das habe ich schon, ne? Hier erstmal Zeitlupe, dass er mich nicht töten kann. Okay, die Waffe habe ich schon. Wir gucken uns erstmal hier um. Hier ist schön Energie. Ähm, wo schwarzer Rauch aufsteigt. Haben wir hier irgendwo schwarzen Rauch? Nö. Aber hier kommen jetzt auch keine Gegner mehr, hoffe ich doch mal. Was ist das? Da kann man sicher um... irgendwie kaputt machen. Ist egal jetzt. Wir suchen Drogentische. Ähm... Shotgun. Brauche ich eine Shotgun? Nee, brauche ich nicht. Maschinenpistole. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Äh, wie wechsle ich gleich nochmal die Waffe? Ah ja, genau. Nee, brauchen wir jetzt alles nicht. Wir haben... Das ist sicher ein Drogentisch. Ganz genau. Eins... Einer von neun ist platt gemacht. Hier ist auch nochmal einer. Hier ist Shotgun, Munition. Oh, what? Der war voll im Bauch geboxt und schon ist er tot. Ihr lasst mich mal in Ruhe. Ich nehme jetzt wieder meine Pistols. Aber ich treffe gar nichts mit der Zigarette in der Hand. Das finde ich nicht toll. Ich habe nicht mal genügend, äh... Hier, Fokus für... Für einen gezielten Schuss, den ich die ganze Zeit machen will. Gut, dann rutschen wir hier halt mal runter. Wechseln die Waffe wieder. Yeah, ich bin so stylisch. Oh, das war eine coole Aktion. Jetzt hier. Boah, hier geht es richtig ab. Hier erstmal wieder heilen. Bisschen. Mir geht es gar nicht gut. Wer schießt? Oh. Schieße auf die gelben Holzteile der Pfähle, um auf Dächer zu gelangen. Okay. Hätten wir das auch? Ich weiß gar nicht, ob ich da rüber will. Hier ist ein Kran nicht gewesen. Ähm, hier steigt schwarzer Rauch auf. Aus diesem Haus. Deswegen... ...sollten wir hier einen Drogentisch zerstören. Kann ich da nicht rein? Ne, ich muss wahrscheinlich vom Dach aus dort rein. Denke ich mal. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. So ist satt. So. Bams hat's gemacht. Hier ist noch einer. Äh, Munition würde ich gerne aufheben. Nicht die Maschinenpistolen, nein, dieses schöne Sturmgewehr hier. Naja. Hat er wahrscheinlich schon aufgehoben. Wo geht's denn weiter? Hier sind wir hergekommen. Kann ich da drauf machen? Irgendwie so ein bisschen wie in Manhunt. Ne, geht nicht. Geht denn nicht? So, ich muss jetzt... So, ich muss jetzt... ...meine Zigarette ganz kurz ausmachen, denn sonst wird das nix. Hey! Genau so was... Oh ne, ohne Zigarette schieße ich noch schlechter. So, jetzt kommt mal her. Ey, ich treff nix mit dem Sturmgewehr. Was soll denn das? Ich treff wirklich gar nix. Ah, was soll denn das? Ich rutsche lieber wieder runter und heile mich ein bisschen. Ne, jetzt. Hier, komm. Hier, machen wir gleich mal den Tisch. Put. Ist auch noch einer. Irgendwas schießt. Irgendwer schießt. Hier drinnen ist auch noch einer. Einen Drogentisch. Den brauchen wir natürlich auch. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme jetzt mal das Sturmgewehr, denn... Shotgun. Mit dem Sturmgewehr, da brauche ich bloß einmal wirklich treffen und dann war's das. Ne? Hier schießt immer noch wer. Davon... Wo kommst denn du her? Headshot! Okay, wieder ein bisschen heilen. Hier ist noch ein Drogentisch. Hier ist Medipack. Geile Sache. Okay. Schöne Brücke habt ihr da. Wie im Mittelalter. Boah. Wo bin ich denn hier reingesprungen? Das war keine gute Idee. Hier ist ein bisschen Munition für... Der sammelt die Sturmgewehr-Munition nicht auf. Soll das hier einfach reinzustürmen, während ich hier noch versuche... Hier ist ein Papierkran. Ich meine, ein Sturmgewehr aufzunehmen. Zack, war's das schon. Was? Was? Was für ein Chineser ist gestorben? So. Wie viele kommen da noch? Wo kommt ihr denn alle her? Müsste ganz Asien schon in der letzten Mission ausgerottet haben. Das soll jetzt nicht rassistisch oder so sein. Nee, das ist bloß, weil... Weil ich wirklich viele, viele Chinesen oder Japaner oder was auch immer getötet habe. Oder Koreaner oder Koriander. Nee, Quatsch. Hier. Medipack. Ähm. Ja, ich bleibe jetzt erstmal beim Sturmgewehr. Ziehe Leertaste, um Zipline zu benutzen. Wat? Was für eine Leine. Ich will mir jetzt keine Leine reinziehen. Ach, hier, diese Leine. Oh, da macht's fett Bams. Oh, schön. Oh, das war jetzt eine schöne Sache. So, hier ist auch ein Papierkran. Wow, supi. So. Bis jetzt geht das ganz flott dahin. Ich denke, das wird sich ja bald wieder ändern. Hier ist wieder so eine Zipline. Ich weiß zwar nicht, warum die Zipline heißt. Komm schon, triff... Warum triffst du ihn nicht? Gut, dafür zwei auf einmal. Ist auch nicht schlecht. Irgendwas schießt. War doch klar bei diesem Spiel. Ach so, damit hätte ich die Kerle töten können. Lass mich in Ruhe, du Stein. Gut, äh, ich hab die goldene Diegel. Die goldene Diegel. Goldene Pistole. Yay. Danebengeschossen ist doch... Das ist doch unfassbar, ne? Ah, kann das sowas passieren? Jetzt hab ich schon wieder keine Munition mehr für die goldene Pistole. Hier ist noch ein Kranich. Haben alle verschiedene Farben. Find ich toll. Find ich supi. So, äh, wieder das Strokewehr. Ja, rausgenommen. Und dann geht's schon weiter. Gut, mit dem Strokewehr treffe ich auf die Entfernung fast nix. Ich schieße einfach mal hier dagegen, weil ich lustig bin und sammle den Kranich ein. Hier sind Gegner drin, das hab ich doch gehört. Jetzt sind ein paar gestorben. What the fuck? Das war eine böse Überraschung. Die hätte nicht sein müssen, aber... Ich mag ja sowas. So, weiter geht's. Ist hier irgendwo ein Kranich noch? Nee. Wow, sehr einfallsreich. Das sind Rätsel da. Wahnsinn. Das schaffen bloß die klügsten Köpfe der Welt. So. Äh. Ah, hier geht's weiter. What the fuck? What the fuck? Die haben automatische Fenster hier in diesem Cup. Tja. Ne? Da, was soll'n' das? Komma. Was soll'n' das hier? Du haust nicht ab, ne? Mit deinem Fenster hier. Ja, das tut weh, ich weiß. Mann, hier geht's ganz schön ab. Ich brauch' ne anständige Waffe. Keine Munition mehr im... Was soll'n' das hier? Die... Viel zu viele. Und die mit ihren Drecksfenstern hier. Sag mal, kannst du mal aufhören da oben? Ich rede nicht mit dir. Der fällt nicht mal um. Mach' auf jetzt hier. Jetzt hab' ich dich. Dich auch. Ich hoffe, das war jetzt mal hier... Der Letzte. Die Letzten bei den Fenstern, die sind... Nein, natürlich nicht. Das ist ein bisschen nervig gerade. Ah. Jetzt. Ich verschwende meine ganze Munition. Und hätte einfach bloß hier die Steine zum Rollen... Ins Rollen bringen müssen. Naja. Soll vorkommen. So, jetzt hab' ich nicht mal... Sniper, Sniper zielt auf mich. Hut du! Was soll denn das jetzt hier? Der war daneben. Das weiß ich. Er hat mich getötet. Nein! Ich hab' ihn doch auch getötet. Was soll'n' das? Weil ich einfach zu... ...ungenau gezielt hab'. Ich bin einfach... ...faul. So, hier wieder Zipline. Na toll. Jetzt treff' ich gar nix. Noch schlimmer wie vorher. So, doch. Alle kalt gemacht. So, ich nehm' jetzt... Sobald ich ein Sturmgewehr sehe, nehm' ich das Sturmgewehr auf. Denn mit dem... Na, na, na... Bams! Bams! Mit dem Sturmgewehr wird das nix. Das haben wir gesehen. So. Viel Spaß damit, Leute. Schön, alle niedergemetzelt. Das war ne Schuhe.